Buongiorno meine kleinen Macaronis zu einem neuen Part von One Piece Unlimited World Red. Wie angedroht werden wir, nachdem wir die Hauptstory geschafft und das Kolosseum erobert haben, jetzt mit den Quests anfangen, die wir während der Hauptstory schön, brav und artig vernachlässigt und völlig ignoriert haben. Das Beste kommt eben immer zum Schluss. Ich rubbel mir später einen auf deinen Karten. Quests möchte ich bitte machen. Questskiertofen verkaufen, Lager, natürlich, Questliste, die Boss Quest. Erst später rein, heruntergeladene Quests machen wir auch hinterher ein. Leaves, Leaves, Leaves Belt, Leaves Commune. Flammenlegen, bleibla. Grüßt ihr Magnum, Alter! Haben wir hier eine Menge! Hier haben wir schon vier Sterne. Okay, alles relativ easy. neusejagd hol dir das alte sturbratte 5 ok was machen wir mit usb computer 1 computer 2 ok ja hier sind ja nur die 9 ich vergaß also wir müssen viel zeugs jahre und frank ja ja danke dir auch viel glück viel glück mit deiner wern punk hasado hol dir das alte die items sturm hatte fünf mal ich habe 40 minuten hoffentlich schaffe ich das da bin ich aber sehr gespannt wie flitze kacke ich bin ich überhaupt nicht gespannt werde ich auch kämpfen müssen ich weiß es nicht ist das jetzt so ein drach auf mich wartet ja 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 ich komme auf die kippe einfach nicht klar es tut mir leid ohne spiel ja ja hier ist kein bonus ich freue mich sehr schön wenn wir zwar mit dem kescher hier rumrennen also ich das sehe werden wir nichts bossiges hier haben wenn ich schnell wenn ich ohne renne bin ich nicht schneller egal wenigstens geht das relativ schnell kein bonus ich bin so gut ja mal weg die ratte da freut er sich das geht es aber richtig fix hier da hat man 40 minuten ich will wissen wer diese zeit wirklich braucht ich will nicht so weiter drücken und nein 12 sind mit der größe an das vieh hätte ich zorn dabei könnte ich jetzt dafür ich weiß es nicht das war super wahnsinnig nein schon wieder zu uns sind wir der größe an hilfe ich kriege ja keine bohnen mehr 99 luftballons und da ist das letzte mäuschen war kleines areal so wenig stören aber es ist auch die erste ups ähm east blue quest da kann man auch ruhig ein bisschen easy easy verlangen bonus spiel gestartet das gibt es doch nicht ey jetzt kriege ich immer sonst kriege ich immer bonus und jetzt kriege ich nichts ja ja klein ich weiß uuuu uuuu abgeschlossen schnapps gesaufen ein juhu juhu hab dich ich bin auf dem falschen boot schlafrate runter 30 der auf dem falschen boot das ganze ganz gut netzorten der suri mal kurz kratzen das ist auch eine aufnahme ätzend das piept aber auch gerade ne diese messer bla 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 du brauchst nichts herunterladbares überprüfen und warum bin ich nicht bei dieser quest drin fleisch der wüste okay hol dir das item kaktusfleisch da habe ich jetzt kein bock drauf blaufrucht erhalte wüstenschatz 1500 besiege den gegner jeder feind weißt du was ich mache jetzt einfach mal das ganze draufgehaue das ist jetzt eigentlich nur sammeln 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 wie man es aus animated kos kennt ich werde jetzt so die ganzen interessanten sachen machen hier wie besiege und so weiter ach ja im da fällt mir gerade ein im kampf kolossium beim vorbereiten fürs finale musste ich gegen den blitzdrachen kämpfen der hat ja noch gefehlt wir haben den roten feuerdrachen den blauen eisdrachen gehabt und der gelbe drache ist der blitzdrache den habe ich leider schon gehabt ist zugeleid den hätte ich gerade gezeigt kommt mir schon nochmal vor dann machen wir es jetzt hier besiegen den war das super trio und dann gehen wir erstmal ein paar Marine oder Agenten Fuzzis ordentlich auf die Fresse Yay ganz viele kleine Justins komm her dicker klops komm her dicker klops ah eine Münze darf ich nicht vergessen ah ich bin reich Bats weg damit Abfall Bats oh der hat mich gehaut kommt her ihr Mongos nein in der Seite ah was findest du denn kleiner Pimpf einmal super gekontert gib mir bitte danke das war die scheiße dauernd einsammel muss das nervt die kratzen aber ziemlich langsam ab muss ich ja mal sagen das dauert ein bisschen zu lange ich dachte das kannst du jeder mal so huch voll durchruschen und dann sowas ey und da fliegen sie wie die Glühwürmchen ah money 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 schön wie viel Luft prügeln Aua die kannst du erst wagen jetzt einer weniger ihr müsst auch dran glauben einmal hier einsammeln Mütze Aua ich hab gar nicht aufgepasst Bats einmal durch die Menge Huch ich bin rüber gefallen bt ha 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 schwer übergefallen und kriegt doch mal eins drauf Planschen die Mischung der Abschluss so nur keine K.O.s sehr wenig am Boden alle Fähigkeiten Schlag viele Feinde Aarhus sehr interessant die waren sofort ich muss immer noch meine Sachen hier ausrüsten hier Angel und den Kesha alles ein bisschen verstärken aber auch hier sehen wir es machen das ist eine andere Frage herunterladen brauchst du nichts was ist Level East Blue Flammende Legende das muss einfach Zorro machen dann ist Rafi noch dabei und Robin wir machen es mal so wie im Anime Lust auf lassen wir mal außen vor der hat sich hier noch versteckt wie Robin eigentlich auch aber egal jetzt haben wir wenigstens mal ein bisschen Möpse mit dabei dann wollen wir mal habe ich schon mal erwähnt dass ich das ätzend finde dass wir nicht rennen können mir ist so als wenn ich das schon mal erwähnt hätte wo könnte nun der Drache sein hey da taucht die einfach vor mir auf nein was bist du ein Drache etwa ich werde dir den Kopf abschlagen ja ich werde alles zerschneiden das passt ganz gut zu dir Alter der kriegt echt wenig Schaden wenn ich das was ich sagen darf Aua Huuuuh Yeah Daishinkan ist eine coole Attacke Onikeri Komm auf den Boden der Tatsachen zurück du kleiner Lüchi Alter wie wenig Schaden der einfach kriegt das ist unglaublich Nixer Haut der wieder ab ey Oh was ist das wir würden Ah diese Kamera ne Boah die Kamera ist teilweise echt blöd Mö hat er mich erwischt Für dich Huuuuh der hat gesessen Meine Gute Warum kriegt er nicht viel Schaden der Kopf ist eigentlich so eine schöne Schmachstelle von ihm Wie im Original halt ne Was er gar nicht sagen soll der Kampf dauert ja ewig Meine Güte Drache stirbt doch endlich Es ist schon fast Anime like in halbe Folge nur Kampf zack zack Los, wo willst du hin, Dicker? Und noch einmal, den Drachen-Tornado, extra für den Drachen. Einmal den. Einmal den. Und jetzt machen wir Daishinkan. Nein, der wird ab! Du blöder Lui. Blöder Lui. Habe ich jetzt gar nicht getroffen? Wow! Ich will dich im übelsten Moment erwischen. Jetzt aber hier. Zack, er ledigt. Ab hier mal geradeaus. Ja, das sagt der Richtige. Raffi braucht auch nicht mal viel, dann hat er auch ein Level-Up. Das ist cool. Ich komme in Stimmung. Franky, unbesiegbar. Sehr schön. Ein Haufen Zeug, was ich mir niemals durchlesen werde. Macht schon Laune. Und das Kämpfen ist immer geil. Bis auf die Kamera, die ist immer... Naja, so lala. Das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Die ist gut. Level ist blue. Oh. Die große Eier. Oh, oh. Dunkelgerechtigkeit. Lucky. Ja, du mal lieber. Der Riesenabenteuerfisch. Ähm, was? Pilze. Aha. Inselwolkenfragment Karibu 3 Ah cool, mysteriöse Fässer Aber damit geht es erst im nächsten Part weiter, das war es für heute für diesen questreichen Tag Part meine ich, möchte ich mal sagen Wir machen wie gesagt nur die ganzen Kämpfe und so weiter Bosse plätten, Massen kaputt knüppeln und drei Karibus besiegen Die anderen Quests sind eigentlich so von nebenbei Die kann ich machen, wenn ich privat zocke wenn ich da Bock drauf haben sollte, ich weiß es natürlich nicht Aber egal, das war es für diesen Part Ich verabschiede mich für heute In dem Sinn, Arruidetschi und bis Morgen, übermorgen Ich habe keine Ahnung, ob ich das jetzt jeden Tag wieder hochlade oder den zweiten, ich weiß es nicht Ich muss auch noch Pirate Warriors weiter zocken Meine Güte ist so viel zu zocken, umso wenig Zeit Naja, egal Und bis zum nächsten Part